Hallo, willkommen! Grüß euch Burschen und Mädels! Wir sind heute hier und ich zeige euch den Aufbau von dem neuen Gerät Trek Fuel EX 9.9 in der Top-Ausstattung. Wir bauen das Radl miteinander zusammen. In diesem Sinne... Katz? Ja? Denkst du noch an den Garten? Ja! Garten. Garten. Kaffee Zitzen, Zitzen und Zitzen. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich mache. Vielen Dank. Blit Nochmal Säger Das ist einig. Der NCTcop und der Mitarre Das anders ist Mein Stahl Wir machen Das ist einiges Das ist einiges Das war's für heute. Und die Brüste sind vor mir gelesen. Ich empfehle auf den Backen. Ich brauche, die Wiref zubieten. stärker für den Backen. und Nach dem Kuckoo Und ich habe die mit dem Kuckoo lege ich zu machen Das ist mir besonders interessant Das war's für heute. Das war's für heute. Spannungsgeladene Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so schön. Und dann noch ein paar Teile. Okay. . 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 Bis zum nächsten Mal! Und dann noch ein paar Teile. Ich habe das ganze Zeit, ich habe das ganze Zeit, ich habe das ganze Zeit. Das ist sehr schön. Das war's für heute. Ich habe es noch nicht so gut, aber ich habe es noch nicht so gut. Das ist sehr schön. Und dann noch ein bisschen wasser. Was ist das? Hä? Oh ja, gut.